Hey Leute und willkommen bei Hardware Deals. Heute mal mit einem eher ungewöhnlichen Video, und zwar halte ich ja eigentlich persönlich nicht viel von Fertig-PCs, trotzdem habe ich heute mal aus reinem Interesse auf den Seiten von ein paar Kompletthändlern gestöbert und siehe da, plötzlich ist mir ein ziemlich interessantes Angebot aufgefallen. In meinen Augen muss es sich dabei entweder um einen Preisfehler handeln oder es ist einfach ein wirklich sehr gutes Angebot von Fertig-PC. Und zwar handelt es sich dabei um das System mit dem Namen CSL Speed 4515, das kommt mit einem Preis von gerade mal 679 Euro schon mit einer Radeon R9 290X, was in dieser Preisklasse ja schon für sich genommen ziemlich ungewöhnlich ist. Mit an Bord sind dann aber auch noch ein Intel Core i5-4460, eine 1TB-Festplatte, 8GB 1600MHz DDR3-RAM, ein Asus H81 Gamer Edition Mainboard, DVD-Brenner, Kartenleser und ein 600W BeQuiet System Power-Netzteil. Bei der Radeon R9 290X handelt es sich außerdem nicht nur um irgendein schlechtes Referenzdesign, sondern um eine Karte mit dem Direct-CO2-Custom-Design vom Asus, welches relativ leise ist und zudem eine gute Kühlleistung bietet, sodass der Chip seine Taktfrequenz auch bei Last dauerhaft halten kann. Ich meine die Radeon R9 290X ist eine absolute Highend-Grafikkarte, die mit ihrer Leistung auf dem Niveau eine NVIDIA GTX 970 liegt, aber noch 500 MB mehr Grafikspeicher hat. Ich habe dann natürlich versucht einen PC mit den entsprechenden Komponenten im Mindfactory selber zusammenzustellen und das Ergebnis waren sage und schreibe 735 Euro, also ganze 55 Euro mehr als der Fertig-PC und das ohne Zusammenbau und mit der günstigsten 290X, die ich finden konnte. Also in meinen Augen ist das Angebot entweder ein Preisfehler oder ist das derzeit beste Angebot für ein Fertig-PC. Man kann von CSL-Computer und Fertig-PCs allgemein natürlich halten, was man möchte. Ich wollte hier in dem Video eigentlich auch nur mein Erstaunen über den Preis ausdrücken. Zu den anderen Komponenten sei gesagt, dass es sich bei dem Mainboard und dem Netzteil um solide Mittelklasse handelt. Das Mainboard würde ich sogar als ziemlich gut bezeichnen. Zur Arbeitsspeicher und Festplatte sind bis auf die Kapazität leider keine Informationen vorhanden, also kann ich dazu auch nicht viel sagen. Soviel also zu diesem PC. Was haltet ihr von dem Angebot und habt ihr schon mal Erfahrungen mit CSL-Computer gemacht? Die Links zum PC und den gezeigten Tests findet ihr wie immer in der Beschreibung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wäre es ziemlich cool, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder mich abonniert. Was ist eigentlich eure Meinung zu Fertig-PCs und würden euch in Zukunft mehr Videos dazu interessieren? Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Hardware Deals.